gut habe ich aber das andere gibt es glaube ich nicht oder gewürzte suppe gewürzte so muss ich jetzt ausschreiben komplett was sechs gold bescheuert oder was ist bestimmt diese zum herstellen oder aber ich habe zu faul für sowas der augen besten außer dass ich die warte schleifen eingehen ja ja gags ich mich auch mit wie viel zu form zu spart jetzt von bonobos ich brauche kein google er ist google bin ich gar nicht welcher soll ich auswählen er bloß wenn du mit uns spielen willst er ja da sind wir ja nna steht auch oben im titel falls sie nicht sich über das steht auch nämlich die die rasse drin westlicher kontinent sind wir allgemeine bildung sagt mein freund klar manche mehr manche weniger davon auch fenster wo das geht nicht also schon mit obf streams oder egal zwei gold weil ich zu faul bin kauf mal vor der gags muss ich muss ich kaufen ob jetzt keine lust herauszuführen wie die suppe gemacht wird bestimmt ganz easy 23 zutaten gut ist ich muss ja jüri mit member teilnehmen irgendwo schau mal wie das funktioniert hier leute ach du kacke vier minuten übrig was haben wir denn strafregister was muss ich machen also verbrechens punkte 54 meldung insgesamt 18 verhaftung prozesse 1 schuldig bekannt 0 prozess chronik schuldig 0 0 0 ok und dann einfach schuldig oder nicht ok anklage plädoyer richter urteil mann jetzt bin ich im court drin der fack sitze ich hier echt oder was als geschworener ach du scheiße noch nie sowas gehabt nur aus dem fernsehen kenne ich das law and gags kennst du doch ob die erste zähne zugefügt und soweit 10 ausgebildet würde wirklich black screen können plane läuft gibt der kunst können uns ziehen mal einen shortcut mit den mit tasten keybind und macht ihr dann an und aus so live und dann geht es vielleicht so per shortcut ich muss ja nicht aufstehen oder endlich mal 2000 was sie ist er hat sich nur getrollt hier muss jetzt eigentlich hier warten oder urteil plädoyer was muss ich jetzt eigentlich hier machen ach so es möchte für sprechen okay ja aber wo ist denn das kann ich das lesen ich möchte wissen was der gemacht hat attack attack me while farming ach das sind die zeugen oder was die opfer okay attack me while farming okay was sagen die anderen unprovozierter angriff einfach so angegriffen anklage okay okay die anderen sagen gar nichts die anderen opfer wasted wasted present imperium union union also einer sagt was sagt ihr gefängnisstrafe nicht schuldig zwei minuten 5,8,10 oder 12 sorry explizit abgestürzt oh je shotgun habe ich auch versucht bleibt schwarz kennst das net nö meinst du jetzt hier mit dem gericht oder was du vorhin gesagt hast mit allgemeiner bildung boah du äh dann andere auflösung schauen mal ob das spiel in der richtigen auflösung ist du kann auch sein bleibt es auch schwarz also der hat einen provoziert was hat er gesagt die haben alle die haben alle verbrechenspunkte schon mal die ganze anklage hat verbrechenspunkte ist doch getürkt hier was soll das höchstrafe gags zwölf minuten ja okay wenn dir das sagt hier wenn dir das sagt entscheide dich bald für eine strafe um disziplinarmaßnahmen zu vermeiden ja dann machen wir halt zwölf minuten von mir aus strafe auswählen urteil zwölf minuten viermal mord viermal mord neunmal körperverletzung zwölf minuten oder wie urteil auf freiem fuß ist jetzt freigelassen worden das wäre doch eine möglichkeit möglicherweise kann ich jetzt nicht rein da die warteschlangen unendlich sind ich glaube das ist die einzige möglichkeit wegen dem blöden auflösen da muss man probieren ist jetzt frei gesprochen worden ach so auf das brot bezogen alles klar sorry habe ich nicht gecheckt höchstrafe gags ich hatte mir jetzt doch gekauft hier was im aktionshaus ist gar nicht da ich hatte mir doch gekauft die dieses was bräuchte ich dieses gewürzt so gehabt habe ich nicht sofort kauf gemacht klar doch extra darauf geachtet hier hier habt ihr doch gekauft oder kann man irgendwelche gebote sind optionen die gister doch gekauft das ganze die g-würztesube gewürztesube habe ich doch gekauft wollen nochmals jetzt kaufen gebot also sofort kauf instant ohne kasszeit 81 Gold ja 79 Gold gibt mir die scheiß dinge jetzt habe ich es doch genauso gemacht oder nicht leute besoffen so jetzt kann ich auch wieder zwei quest abgeben gut waren jetzt zwar nicht so billig die quest aber dann habe ich sie fertig ich habe so viele quest im log die ich nicht abschließen konnte wer irgendein schmarrn oder zwischen gekommen ist irgendwelche quest buggy oder so aber jetzt muss ja nicht klappen ich komme heute nicht bereit war das ewig dauert klar ist kein problem wir machen das einfach mit der gilde wenn ihr drin seiten wir haben wir keinen stress haben nicht so schlimm jetzt ich mache jetzt auch nicht mehr ganz so lange ich bin ja schon fast 70 stunden dabei und dann werde ich einfach ja bist du mich hinlegen und dann weiter weitermachen und die die da sind noch die mit den spielen halt dann ganz normal sowieso erst mal hier das spiel entdecken gemütlich reinkommen mit den skillungen schauen wow ach du scheiße wow wie erschreckt alter he is a drunk merci dir merci dir 5 euro der hammer merci dir was hast du geschrieben äh hätte ich jetzt nur hätte ich jetzt nur einen coolen spruch merci dir mein freund geile sache hier echt super danke danke für den support hier boah mein herz mein herz danke dir aber der spruch passt hättest du jetzt einen coolen spruch mach das doch mal leiser herzinfarkt versuchen ja ne ich habe es noch nicht leiser gemacht es kommt ja kaum es kommt ja nicht oft vor also von da ist es ja auf jeden Fall was besonderes das muss ja jeder mitkriegen wenn es ins Eimer kommt alter war das laut laut sorry hockfandel hehehe muss ja geehrt werden hier aber zum lück habe ich meine tabletten genommen die mich da bremsen so so zog ich jedes mal voll zusammen geht an Krämpfe da zauern jetzt kommen sie alle aus den Löchern wenn ich vorwahl ist nicht mehr lustig so lustig ja hast du recht hast du recht auf jeden Fall das ist ja der Überraschungsmoment der zählt ja kein Stress Perle also das ist kein das ist ja nicht so schlimm Warteschlange sowieso klar deswegen schaust du du musst dir morgen eher aufstehen hast du gesagt um sechs oder so also und das mit der Warteschlange gibt sich schon in den nächsten Tagen deswegen zog ich ja meistens eigentlich äh von in der Früh bis abends dann geht's eigentlich sind noch nicht so viele da ich wieder wach ey guten Morgen hab das Gesicht ganz vor dem Display gekauft so was so zusammengezuckt und bekam richtig Herzen aus mir von der heißen kalt hahaha bis nachher Gags hier alles klar Nico deinen Schlaf schon träumen sie's bis nachher oh man aber so ging's mir auch ähnlich hier schon ganze vier Prozent um sieben Jahr hey ich hab noch eine Quest hier gib äh verhungerten Flüchtlingen wässrige Kartoffelsuppe ui wässrige Kartoffelsuppe was sind denn die verhungerten Flüchtlinge sind sie haben sie die Scheune gesperrt oder was nee ok ich dachte schon haben sie die Scheune gesperrt hin erstmal hier hast du Suppe Sound ausschalten entspannt warte braucht man ja eh nicht ja ne 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 wichtig naja wie gesagt ich muss warten weil man pc immer noch am hochfahren ist ja es ist bitte wenn man es rausfliegt dass man es nicht passiert aber es wäre jetzt auch nicht ganz so schlimm mehr wir haben jetzt schon 16 16 halb stunden habe ich euch jetzt schon mehr oder weniger gezeigt zwei stunden haben wir gewartet nach dem server nach stadt zweieinhalb von daher haben wir ja das tagespensum mehr erreicht das geht ja nicht gleich weiter ich mag aber gegenseitig die stimme aus dem bild eben bin ich mega neugierig kann es sein dass man noch nicht reinkommt ich habe viele gut 20 25 ob es ist 20 25 jene mal müsste es eigentlich gehen ich bin mal wieder online hey dubstep christi wo treibt sich denn rum schön dass du vorbei schaust wo ist denn da wo ist ein drei sprich mit bürgermeister ach so passt schon ist das nächste questgebiet ist das nächste questgebiet ich bin mir noch gar nicht so sicher was ich was ich mit was ich im endgame so machen sollen hier also noch überlegen mit diesen ganzen skills und sachen habe ich noch nicht so ganz überzeugt mal schauen muss man noch wirklich von allen klassen alles gilt durchlesen im kopf mir die überlegen was ich da nutzen sollen was ich dann noch alles ja um modellieren muss wenn es dann wirklich ans denken geht kein plan ich muss mal ich müsste aber mit einem tank reden der sich auskennt und dann mal schauen hören was er sagt wie groß ist denn so die welt im vergleich zu anderen mmos so bin weg würde ich noch einen schönen abend gehen noch ein bisschen mit meinem freund kuscheln baba bis bald alles klar da ist dann viel spaß und dann träum süß und schlaf schön nachher weiß jetzt gar nicht im vergleich die welt so an sich muss man irgendwo nachlesen kann ich habe ich